Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu der 24. Ausgabe des Subraum-Transmission-Podcasts. Diesmal etwas Besonderes und zwar gibt es jetzt täglich vom 1. bis zum 24.12. jeweils eine kurze Episode, die sich jeweils um ein Thema handelt. Und zwar war das so geplant von uns, dass wir das abwechselnd machen, sprich meine Wenigkeit und Martin. Ja, der Esel nennt sich immer zuerst. Ich fange halt an, deswegen, also meine Wenigkeit, dann Martin, wieder ich und so weiter. Wenn das alles so hinhaut, jeder nimmt sich ein Thema vor und dann, wie gesagt, soll so eine Episode ungefähr so 10 Minuten bis vielleicht 15 Minuten maximal gehen. Und ja, wie gesagt, halt die ersten 23 Tage und am 24. nehmen wir wieder schön zusammen auf und hauen noch mal eine schöne Weihnachtsepisode raus, würde ich sagen. Wir nennen das Ganze jetzt den Subraum-Adventskalender. Und damit wir keine Zeit verlieren, würde ich sagen, starte ich jetzt einfach mal mit dem ersten Thema. Und zwar, wir stecken ja jetzt in den neuen Kontaktregeln in der Corona-Pandemie. Die besagen, dass halt jetzt seit heute, dem 1. Dezember 2020, dürfen sich halt deutschlandweit nur noch Angehörige eines Haushalts mit einem zweiten Haushalt treffen. Und diese Treffen beschränken sich halt auf maximal 5 Personen. Allerdings Kinder bis 14 Jahre sind von dieser Zählung ausgenommen. Grundsätzlich sollten jedoch private Kontakte logischerweise auf ein Minimum beschränkt werden und so weiter und so fort. Und das Ganze soll dann ja zu Weihnachten wieder gelockert werden. Also so circa ab dem 23. Dezember bis zum 1. Januar ist es dann erlaubt, dass sich ein Haushalt mit maximal 10 anderen Personen treffen darf. Diese können sowohl haushaltsfremde Familienmitglieder oder haushaltsfremde Personen allgemein sein. Und Kinder bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Gut, soll jetzt aber nicht Thema dieser Episode sein, sondern lediglich der Einstieg. Und zwar, was macht man jetzt so in Zeiten von Corona und man darf nicht mehr raus und sich mit Leuten treffen? Ja, ich denke, viele von euch machen das auch so ähnlich wie ich oder wie wir. Wir machen viel mit Videochat, Videotelefonie. Und so die klassische Videotelefonie läuft ja so ab. Du, ich schicke dir mal einen Link. Mach das Ding doch mal auf, was weiß ich, via Zoom oder so. Oder, ja gut, MS Teams wird bei uns mittlerweile im Haus teilweise auch benutzt von unseren Kindern. Bin ich jetzt gerade aktuell nicht so der Fan von, aber okay, sei dahingestellt, alles okay. Ja, Zoom ist, denke ich mal, so bei den meisten, ja, das Mittel der Wahl, würde ich mal sagen. Das wird, glaube ich, aktuell von 200 Millionen Leuten benutzt. Und, ja, jetzt ist es ja so, die meisten kommen damit ja noch gar nicht klar. Ja, also bei Zoom reinkommen und wie geht das denn? Und so die Klassiker sind dann immer, kannst du mich hören? Kannst du mich sehen? Ja, mach doch deine Kamera an. Da ist so ein kleines Symbol und so. Ne? Immer schwierig, ihr kennt das alle. Und dann der klassische Videochat ist ja immer so, ja, ich will jetzt nicht sagen stocksteif, aber man unterhält sich so ein bisschen, man plänkelt und macht und tut. Man schickt sich vielleicht mal ein Bildchen hin und her und hier, guck mal, habe ich heute gemacht? Habe ich mir gekauft? Habe ich bei sonst wo gefunden? Und was hältst du davon oder so? Man kann aber mit solchen Videochat-Programmen durchaus noch andere lustige Sachen machen. Und zwar könnte man zum Beispiel zusammen spielen. So ein klassisches Spiel zum Beispiel für den Videochat, was da prima funktioniert, ist zum Beispiel Mensch ärgere dich nicht. Ja, kennt eigentlich jeder und mindestens einer von denen, die im Videochat sind, hat das Spiel auch als Brettspiel zu Hause. Das Coole ist halt jetzt, du kannst hergehen, stellst dir das, also einer stellt sich das Mensch ärgere dich nicht bei sich zu Hause vor einen Laptop, vor die Kamera, wie auch immer. Und ja, ich sage mal, jeder hat einen Würfel zu Hause. Ja, und dann kann dann jeder, der dran ist, würfeln und machen und tun. Und kann dann, oder man kann dann zusammen, Mensch ärgere dich nicht spielen. Klappt super. Das geht unter anderem auch mit Kniffel. Ja, oder was auch, da hat man halt auch wieder die Würfel und einen Block und so weiter. Das ist alles kein Problem. Was auch super cool ist und Spaß macht, dann mit ein paar Leuten, ist sowas wie Stadt, Land, Fluss. Ja, klappt auch super über einen, na, sag doch mal Videochat. Und da kann man natürlich auch Stadt, Land, dann hier irgendwas Witziges eintragen oder so. Muss ja nicht immer der klassiker Stadt, Land, Fluss sein. Da gibt es auch mittlerweile saulustige, ja, Abwandlungen von. Und da kann man ja einfach mal online schauen, was es da so gibt. Macht auf jeden Fall eine Menge Laune. Dazu verlinke ich euch auf jeden Fall dann was in den Shownotes. Da findet ihr so ein paar Seiten mit noch ein paar tollen Vorschlägen, was man alles so spielen kann. Unter anderem gibt es da natürlich auch die Variante, dass man ja so digitale Brettspiele quasi auch online hat und kann sich da dann halt zusammen einloggen und kann halt dann zusammen online dann, was weiß ich, Schach, sonstige Spiele spielen. Ja, und man muss sich halt nicht treffen. Das ist der Vorteil. Aber warum erzähle ich das überhaupt? Ich meine, klar, es soll a, nicht langweilig werden. Und viele Menschen haben aktuell, das wird mir immer bewusster, haben wirklich ein Problem damit, sich so zu isolieren. Die wollen ihre, naja, ihre Freiheit nicht aufgeben. Man kann nicht verstehen, ja, ich meine, mir wird ja nachgesagt, ich bin so ein Kellerkind, ich sitze quasi nur vorm Computer. Ich bin ja quasi vorm Computer geboren, laut meiner Mutter. Also mir macht das nichts, wenn ich alleine zu Hause bin. Ich kann mich da mittlerweile prima alleine beschäftigen und wenn ich auch nur einen Podcast aufnehme, ja, oder mit Lego spiele, ja, oder lese. Auch, ich habe in der letzten Zeit wirklich wieder Bücher in die Hand genommen. Ich habe mich vor mir selbst erschrocken. Ja, und, aber wie gesagt, viele haben halt aktuell ein Problem damit. Und das Hauptproblem ist bei vielen dann irgendwo das Hindernis der Technik als erstes. Und dann aber auch so eine Kopfsache. Die wollen das dann gar nicht. Naja, aber wenn sie es dann mal geschafft haben und dann in dem Chat drin sind und merken, ach, das ist ja gar nicht so schlimm, dann ist es eigentlich auch ganz cool. Aber, wie gesagt, kann halt schnell langweilig werden, wenn man nicht mal irgendwas Lustiges macht. Wie halt diese Spiele spielen, ja, sowas zum Beispiel. Und das bezieht sich halt jetzt wirklich auf Spiele, die man ja auch so zusammen an einem Tisch spielen würde und jetzt keine Online-Ballerspiele oder sonst irgendwas. Weil dafür sind Videochats zum Beispiel ungeeignet. Da würde man dann eher solche Programme wie Teamspeak benutzen, wo man auch eigene Räume hat und kann sich dann via Headset oder so oder Mikrofon und Lautsprecher, ja, mit seinem Gegenüber unterhalten und kann dann zusammen in Online-Spielen spielen, ja. Ist aber jetzt nicht mein Thema. Thema ist halt wirklich Videochat und was kann man da zusammen machen, wo man sich auch sehen kann. Weil das ist ja das, was dem meisten fehlt. Dieses, ich möchte den anderen gerne sehen und hören und so eine Reaktion und so. Aber welches Spiel sich dafür vielleicht auch noch ganz gut eignet, das ist dann sowas wie Scharade. Also mit Pantomime Sachen darstellen, die anderen müssen das erraten und so. Könnte ich mir auch ganz lustig vorstellen. Ist aber natürlich nur gut, wenn die Online-Verbindung einigermaßen flüssig ist. Hier ist mein Tipp natürlich auch immer, möglichst nicht über WLAN reingehen, sondern wirklich ein LAN-Kabel an den Computer, an den Laptop, wie auch immer anschließen. Damit die Verbindung einfach schön flüssig ist und alle gemeinsam Spaß an der ganzen Geschichte haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass solche Spiele wie Pen & Paper zum Beispiel, dass das auch ganz gut über den Videochat laufen kann. Oder halt so nebenbei. Da gibt es ja auch Online-Varianten. Und klar, man kann es jetzt am Tisch spielen mit selbstgeschriebenen Regeln und Zetteln und haste nicht gesehen. Oder halt solche Online, wie heißt das, ich glaube Digital Tables oder so nennt sich das dann. Solche Varianten gibt es dann, wo man halt daneben beiquatschen könnte im Videochat. Dazu verlinke ich euch auch mal eine nette Seite, wo jemand sich die Arbeit gemacht hat und hat zum einen, für die, die es nicht wissen, was Pen & Paper ist, das Pen & Paper schön erklärt und stellt auch diverse Foren vor und auch Spiele als solches, ja, um halt den Leuten, die jetzt nicht mehr vor Ort zusammen an wirklich echten Tischen sitzen können, halt online da die Chance zu geben, ja, online halt mit anderen Leuten zusammenzukommen und zu spielen. Was könnte man noch über den Videochat machen? Ich weiß nicht, zusammen musizieren ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so, ja, weiß ich nicht, schwierig. Wenn die Tonqualität vielleicht nicht so gut ist und der eine spielt Keyboard, der andere spielt Gitarre und dann ist da vielleicht noch Verzögerung, also ein bisschen Latenz drin, stelle ich mir jetzt relativ schwierig vor. Also wie gesagt, die Sache mit dem Spielen, denke ich mal, ist eine feine Geschichte, aber Musik machen zum Beispiel schwierig oder auch singen zusammen, ja, also Chöre oder so haben es da, glaube ich, wirklich schwer, da irgendwie zusammenzukommen und gemeinsam zu musizieren. Ich meine, klar, jeder könnte für sich was aufnehmen und der eine oder andere, der findig ist, könnte dann nachher was zusammenschneiden. Okay, aber rein über den Live-Chat, wirklich schwierig. Da würde ich wirklich die Variante vorziehen. Ein anderes Spiel, was mir gerade noch einfällt, was man spielen könnte, wäre zum Beispiel Schiffe versenken. Ich meine, jetzt hat vielleicht nicht jeder dieses Schiffe versenken Spiel zu Hause, aber das kann man ja einfach, ähnlich wie bei einem Schachspiel zum Beispiel, man beschriftet von oben nach unten die Zahlen und von links nach rechts dann zum Beispiel mit den Buchstaben, platziert seine, was sind es, ich glaube vier Schiffchen und ja, dann kann man das halt auch online zusammenspielen. Kennt, denke ich mal, jeder, ansonsten gibt es da auch wahrscheinlich online Varianten von, die man zusammenspielen kann. Dann, was ist noch zum Video-Chat zu sagen und zwar vielleicht noch eine Kuriosität, die ich heute noch kurz mit meiner Mutter besprochen hatte und zwar so eine Sache, die uns aufgefallen ist. Man winkt immer, wenn man einen Chat verlässt. Ist euch das mal aufgefallen? Ja, man sagt nicht so Ciao und lockt sich einfach aus. Die meisten Menschen winken. Ja, immer. Meistens auch, wenn sie reinkommen, aber wenn man sich verabschiedet, wird meistens gewunken. Im ersten Moment dachte ich, irgendwie ist das komisch. Aber so komisch ist das gar nicht, weil, ist euch mal aufgefallen, wenn ihr in einen Raum reinkommt oder auch aus einem Raum rausgeht, aktuell natürlich nicht, aber zu den Zeiten, wo das noch ging, wenn viele Leute da sitzen, ihr trefft dann eure Freunde, Bekannte, da sitzen, was weiß ich, 12, 18, 24 Leute am Tisch oder an Tischen und ihr wollt eben Tschüss sagen, dann rennt ihr auch nicht zu jedem hin, gebt dem die Hand oder so. Ich meine, jetzt aktuell sowieso nicht, ist richtig. Aber zu der Zeit, als es halt noch ging, seid ihr auch nicht zu jedem hingegangen, habt ihr ihm die Hand gegeben und habt da so in die Runde gewunken. Und ich finde, so ähnlich macht man das jetzt aktuell auch bei Videochats, oder? Naja, irgendwie so. Naja, ich hoffe, ihr konntet ein paar nette Anregungen mitnehmen, was so möglich ist in Videochats, was man so machen kann, wie man sich die Zeit vertreiben kann. Und ich würde sagen, morgen kommt dann die nächste Episode, quasi das zweite Türchen vom Subraum Adventskalender. Und ja, bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut. Ich wink mal nett ins Mikro. Hat jetzt keiner gesehen, oder? Ah, Mist. Macht's gut. Euer Daniel. Ciao. 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 Ciao.